Ich habe eine Rechnung von dir bekommen, über 900 Euro. Richtig, ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Das ist ein Scherz, ne? Nein. Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Ja, klar meine ich das ernst. Ich habe dein Skript gelesen und dir dafür eine Rechnung gestellt. Moment, Moment. 900. Ich glaube, ich habe dir drei Stunden berechnet, habe aber vier Stunden dran gesessen. Um ganz ehrlich zu sein, es ist gut, dass ich es gelesen habe. Es muss überarbeitet werden. Absolut null Interesse. Es tut mir auch leid, dir sagen zu müssen, dass ich mir Notizen gemacht habe. Hallo. Hallo. Ich will mal die beiden Männer abholen. City stand up, Canada doing big things. If you don't know who I am, Big John, I've been around for a long time, young, 12 years old, doing the music. Das ist gut. Was? Richtig gut. Nein, ach. Nein, du verstehst das nicht. Doch, doch, du bist gut. Du bist fantastisch. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Ich bin beeindruckt. Ich bin normalerweise nicht so. Tut mir leid. Doch, doch, bist du. Ich kann ziemlich lustig sein, wenn du willst. Sag mir, was ich sein soll und ich bin es für dich. Du bist dumm. Der Brach. Deutschen algunas. Ich bin communisch. Thank you very much. Und ich bin anschließend. Und und und. Und das ist leichtes. Also, ich binНе viel sursовать. Du bist du, bist dumm. Ich bin, super blChст. Du bist dumm. iduuzen. Du bist dumm. Bis zum Ingольно. vind Stacy. Du bist dumm. geh. Untertitelung des ZDF, 2020